In The Last Boy Scout lautet der Name des Hauptcharakters Joe Hellenbeck und der wird von niemand geringeren verkörpert als Bruce Willis. Wie der Name Hellenbeck zustande gekommen ist oder welche Bedeutung er vielleicht hat, das wird im Film nicht direkt geklärt. Darüber gibt es aber zwei richtig coole Theorien. Die eine Theorie besagt, dass der Charakter von Joe Hellenbeck den Charakter von Shane Black reflektiert zur damaligen Zeit, denn dieser hatte mit einer Trennung seiner Partnerin zu kämpfen, war da richtig am Ende und am Ende seiner Kräfte hat dann vieles auch ins Drehbuch einfließen lassen. Man merkt das auch in der einen Passage, als Joe Hellenbeck sagt, ich wünschte, ich würde meine Frau nicht immer noch lieben. Und das sagt er zu Jimmy Dix, während er ihm eben von der Affäre seiner Frau erzählt. Und da merkt man schon ein bisschen, okay, da kann definitiv mehr dahinter stecken. Shane Black hatte zuvor eben eine zweijährige Schreibpause eingelegt und meldete sich mit dem Drehbuch zu The Last Boy Scout wieder zurück, das er dann auch richtig teuer verkaufen konnte. Und deswegen sagt man, er war einmal in der Hölle und kam wieder zurück. Hellenbeck, Hellenbeck. Die zweite Theorie besagt, dass der Name Hellenbeck in einem der Romane vom Schriftsteller Raymond Chandler auftaucht. Und darin ist Hellenbeck ein Nebencharakter, ein korrupter Polizist, der in die Ermittlungen vom berühmten Privatdetektiv Philip Marlowe gerät. Shane Black ist ein großer Fan des Schriftstellers Chandler und ließ bereits einen Nachnamen, einer der Figuren aus einem Chandler-Roman in eines seiner Drehbücher einfließen. Beim Namen Murthor dürfte es durchaus bei dem ein oder anderen von euch kringeln. Wenn nicht, dann guckt euch einfach mal wieder Lethal Weapon an. Und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit und auch zu Recht, was zum Geier hat das Ganze mit der neuesten Wicked Vision Media Ankündigung auf Facebook zu tun? Die werden nämlich zum 27.10.2023 Rawhead Racks veröffentlichen und zwar in einer Ultimate Edition. Darin wird es den Film selbstverständlich in der Uncut-Version geben. Dazu gibt es noch jede Menge Bonus-Material sowie den Soundtrack. Außerdem hat man ein brandneues 4K-Master am Start. Somit ist das Ganze nicht nur eine deutsche Full-HD-Premiere, sondern auch eine deutsche 4K-UHD-Premiere. Gucken wir uns mal etwas genauer auf IMDb um. Dann stellen wir fest, dass der Film von 1986 stammt, eine Lauflänge von ca. 90 Minuten hat. Und schaut man sich dann auch noch neben dem trashigen Vorschau-Bild auch den Trailer etwas genauer an. Dann merkt man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Spickt man dann noch ganz kurz in die Bildergalerie auf IMDb zu dem Film, dann sieht man, das ist wirklich nur was für Hardcore-Trash-Fans. Aber die Freunde von eben solchen Filmen, die werden daran bestimmt ihren Spaß haben und freuen sich auf diese Veröffentlichung. Der Film basiert auf einem Drehbuch von Clive Barker. Und da wird man hellhörig, denn der hat ja auch Hellraiser geschrieben. Also, dann gucken wir noch ganz kurz zu Kino Lorbeer. Die werden nämlich ebenfalls Rawhead Racks veröffentlichen und zwar zum 28. März 2023. Schauen wir in die Beschreibung. Dann stellen wir fest, dass hier ein 4K-Master, ein neues 4K-Master am Start ist mit einem neuen Scan, eben ein Audiokommentar des Regisseurs mit am Start ist, jede Menge Bonus-Material. Und da kann es natürlich gut sein, dass hier Wicked Vision es geschafft hat, auf dieses Master zugreifen zu dürfen und dann eben auch noch auf das Bonus-Material. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt fragt ihr euch immer noch, was hat das Ganze mit The Last Boy Scout zu tun? Ganz einfach geht man mal auf IMDb runter. Ja, weiter eben nach den Nominierungen, nach den Videos und den Fotos. Dann kommt man zur Top-Besetzung und hier stellt man dann fest, dass man gleich 1, 2, 3 und 4 Charaktere im Film hat, die den Nachnamen Hellenbeck tragen. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber damit noch nicht genug von Wicked Vision, denn die haben gestern ebenfalls auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben, dass sie zum 20-jährigen Jubiläum von Monsterfilm, den Film zum 24.03.2023, ebenfalls im Zuge der Limited Collectors Series veröffentlichen werden. Wer im eigenen Shop bestellt, der bekommt auch noch jede Menge Goodies mit dazu. Wir haben hier drei verschiedene Mediabock-Cover-Varianten, wie wir das Ganze sehen können. Und auch da werfen wir selbstverständlich einen Blick mal auf IMDb. Wir erfahren, dass es darin um zwei Typen geht, die eine Anhalterin mitnehmen, doch dann plötzlich von einem monströsen Mann terrorisiert werden, der auch noch einen riesigen Monster-Truck fährt. Auch da habe ich mir den Trailer angesehen. Und auch da lohnt sich natürlich ein Blick in die Bildergalerie. Allerdings sind da schon ein paar richtig heftige Bildchen dabei. Und bevor jetzt hier der YouTube-Filter anspringt, kommen wir einfach zur nächsten Veröffentlichung. Und da hätten wir jetzt Mad Heidi the Movie. Über diesen Film habe ich ja schon mehrfach auf meinem Kanal berichtet. Jetzt ist es dann endlich soweit. Jetzt erscheint der Film für das Heimkino. Zuerst einmal über die offizielle Seite von madheidie.com. Wir wissen, das ist der erste Swiss-Ploetation-Film. Und dementsprechend stammt diese Veröffentlichung dann auch aus der Schweiz. Wir haben den Film zum einen in einem 4-Disc-Media-Book, dann natürlich auf Blu-ray und auch auf DVD. Selbstverständlich gibt es den Film schon etwas länger zum Streamen über die Seite. Und dann gibt es auch noch eine Geschenkkarte, wo man jemandem eben den Film schenken kann online als Stream zum Angucken. Wir werfen selbstverständlich mal einen Blick auf die Pre-Order zur Special Edition im Media Book und stellen fest, wow, 49 Euro ist schon echt mega, mega viel. Wir haben zwar hier vier Disks am Start und eine Limitierung von 2000 Exemplare, wie wir das hier lesen können. Außerdem haben wir neben dem Film auf Blu-ray und DVD noch eine Bonus-Blu-ray hier mit im Media Book, die es so auch nur bei dieser Veröffentlichung geben wird. Es wird selbstverständlich auf der Blu-ray und DVD auch noch normales Bonus-Material geben. Hier aber doch ein recht umfangreicheres auf der Extra-Bonus-Blu-ray, wie wir das Ganze hier entnehmen können. Und wir haben dann auch noch den Soundtrack am Start und außerdem ein 28-seitiges Booklet. Das Ganze ist jetzt bestellbar und wird dann höchstwahrscheinlich so Mitte März ausgeliefert. Wer denn? Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und bin dann hier raufgegangen und habe das Ganze in den Warenkorb gelegt, weil ich wissen wollte, was sind denn die Versandkosten aus der Schweiz. Und da trifft dich gleich der Schlag. 10,95 Euro komme mit dazu. Somit würde dich diese Media Book-Veröffentlichung 59,95 Euro kosten. Und da, glaube ich, denke mal, sind die meisten raus. Was auch etwas unverständlich ist, da ist, dass man die Blu-ray nur zusammen mit der DVD im Bundle kaufen kann. So zumindest hier auf der Seite. 29 Euro wäre denn dafür fällig. Wir haben hier auch noch ein wenig Bonus-Material am Start. Außerdem haben wir hier eben bei den Audiospuren, das ist ja auch sehr wichtig, Englisch. Das ist die Originalsprache in diesem Fall. Deutsch, Französisch und Spanisch. Aber es lohnt sich, den Film definitiv in Englisch anzugucken. Allein schon wegen dem ganzen Wortwitz. Auch hier habe ich mir den Spaß erlaubt und habe das Ganze mal in den Warenkorb gelegt. Und auch hier, ja, 1 Euro günstiger zumindest, aber immer noch der Endpreis hier mega hoch mit 38,95 Euro. Aber es gibt hier natürlich auch noch ein paar Alternativen. Und zwar haben wir zum einen Amazon Frankreich. Da ist die Blu-ray einzeln gelistet und auch die DVD einzeln gelistet. Die Blu-ray ist bei 16,99 Euro, die DVD bei 12,99 Euro. Da kommt natürlich dann noch etwas Versandkosten obendrauf. Ja, und hier hat man aber auf jeden Fall auch den englischen Originalton plus Französisch mit dabei. Man kann das Ganze auch via Amazon Prime Video bei den Franzosen angucken. Allerdings nicht aus Deutschland. Aber wir haben auch noch die Alternative Italien. Und auch in Deutschland ist das Ganze gelistet. Eigentlich sollte es zum 8. Februar veröffentlicht werden. Das schafft man nicht. Man sieht es ja auch, dass es auf der offiziellen Homepage hier nicht zu diesem Datum geklappt hat, sondern eher Mitte März. Und auch da dürfen wir dann höchstwahrscheinlich mit den Mediabox von Nameless Media rechnen, wie Matt Heidi auf der offiziellen Facebook-Seite bekannt gegeben hat, auf die Anfrage, wie es denn mit einer 4K-UHD aussehen wird. Dann wird uns hier mitgeteilt, dass das Ganze dann eben übernehmlich in ihren Mediabox veröffentlicht wird. Allerdings wurde der Film in 3K gedreht und in 2K geschnitten und gemastert. Es existiert also keine echte 4K-Version. Das Ganze wird hochskaliert werden, aber hat immer noch den Vorteil vom erweiterten HDR-Farbraum. Also meine lieben Filmfreunde, so viel einmal dazu. Wenn es nähere Informationen zu den Mediabox von Nameless geben wird, dann werde ich euch selbstverständlich darüber berichten. Bis dahin sage ich vorerst erstmal Dankeschön fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde und Servus.